Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Boon-Tours mit Fuchs und Moonboon. Hallo Fuchs. Hallo Moonboon. Wir sind noch immer unterwegs hier in tausend Nadeln. Du bist gerade wieder voll stolziert, ich hab's gesehen. Ja, ja. Komm, wir stolzieren zusammen vor. Warte, warte, warte. Aber da vorne ist der Gegner. Oh, das war Autolaufen. Das war's nicht. Lol. Okay, go. Willkommen zurück. Wir sind doch immer hier in tausend Nadeln und begeben uns gerade auf den Weg zur nächsten Quest. Wir ignorieren dabei völlig die Matrosin der Südmeer-Piraten. Ne, Südmeer-Freibeuter, Entschuldigung. Piraten ist wahrscheinlich zu offensiv. Darf man nicht mehr sagen, sonst drehen die Piratengewerkschaften auf Tumblr durch. Auf Tumblr? Ja. What the hell ist Tumblr? Ja, what the hell, ne? Oh, ich muss mal... Was ist denn Tumblr? Kennt man das? Ja, Tumblr kennt man, wenn man ein bisschen im Internet unterwegs ist. Bin oft im Internet unterwegs. Mhm. 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 Äh, was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen in die Mitte. Guck mal. Ich glaube, wir müssen ins Wasser Kadavers sammeln oder so irgendwas. Die im Wasser rumtreiben. Der Turnkadaver. Oh ja. Okay, jetzt pass mal, Luf. Ähm, ich spring jetzt mal... Ich spring jetzt mal da runter. Okay? Willst du zweit da runter springen? Ich glaube, wenn du irgendeinen Speed hast, könnte es reichen. Aber sonst wärst du auf der Klippe zerschellen. Oh, lol. Wollen wir das ausprobieren? Sehr gut. Hab's geschafft. Sehr gut. Ich begebe mich schon mal Richtung Kadaver-Beseitigung. Mal die Quest lesen. Äh, diese Organien sind ein guter Anfang. Wir brauchen noch viel mehr Zeugs. Normalerweise... Wir müssen den Satz finden. Unten in der schimmernden Tiefe sind tonnenweise zu finden, was alles überflutet hat. Kreaturen dort getötet, das Wasser. Also, oh, du bist ja tot. Ja. Diese Quest hat ein Tribut gefordert. Wir müssen, ich glaube, da, wo die Rennbahn war und so, können wir jetzt hin und können hier gucken, dass hier irgendwo Kadaver rumliegen. Also dieser Fluss, das ist mir das geilste, was sie überhaupt in WoW eingepatcht haben. Ja. Brauchst du sowas? Ah, ich hab direkt ein Tode Schildkröle gefunden. Ist das gut? Ich warte mal hier auf dich, oder? Ähm, ich bin... Jetzt ja. Oh, siehst du... Ah, du bist ja direkt über mir. Ja, ja, ja. Easy. Ich denke mal, das zählt nicht. Ich glaube, die müssen wir alle einzeln sammeln, oder? Hast du jetzt zwei von zehn? Ich hab dann ja gar nichts bekommen. Ah, ja. Dann müssen wir einzeln. Dann nimm du mal den, der da rumschwimmt. Dann zue ich mir einen anderen. Jetzt hab ich eins von zehn. Achso, die sind schon tot. Ja, ja. Ach. Da zählt jeder Kadaver bloß für sich. Ich lass dir die mal liegen hier. Guck mal. Nimm mal den da, und dann nehm ich den hier wieder. Schwimmen die auch in der Wasserluft? Nee, gell? Ähm, nee. Aber wenn du am Boden bist, dann bist du schneller, glaub ich. Oh gut, du bist sowieso eine Robbe. Ah, wir haben, wir haben engen Buff, dass wir hier rumspeeden. Mhm. Geil, kann ich hier in Katze gehen? Wow. Ach, lol. Alter, ich bin voll die Mondkatze. Genau. Mooncat. Es ist ein kleiner Schritt für eine Katze. Aber ein großer Schritt für die gesamte Katzenheit. Katze sind sehr, sehr gefährlich, weißt du. Hast du schon voll durchgeludelt, Fuchs? Bin jetzt bei vier von zehn. Okay. Bin ich bei fünf von zehn. Boah, dann lass ich dir den. Weil ich bin voll schnell, Alter. Ich bin voll Speed, ey. Ich bin voll auf Katzenspeed. Oh, lol. Hier ist das richtige... Halt. Halt, Stein, Kristallhaut. Warum heißt es im Mob, Halt, Stein, Kristallhaut? I don't know. Fertig. Nito. Ja, hier war die Rennbahn, ne? Ähm, ja. Ja, der da vorne ist auf jeden Fall ein Ziel. Hey, denkst du, da gibt es noch irgendwelche Secrets in diesen Häusern? Hm, wir können ja mal nachsehen. Wollen wir mal rein? Ein bisschen erkunden, ja. Nein. Es ist schon eh voll geil, grad. Dieser Effekt, den wir hier haben. Müssen wir ausnutzen. Wuii. Oh, lauter sind Gegners. Alter, du siehst ja auch voll lustig aus, wie du da rumspringst. Mit der Blase um den Kopf, du siehst halt echt aus, wie so ein richtiger Astronaut. Hey, Fuchs. Wollen wir mal was probieren? Okay, was? Kannst mal... Können wir mal fünf Gegners zusammen pullen? Schaffen wir das hier? Oder sind die zu weit verteilt? Schaffen wir. Also, ich hab einen. Wollen wir mal. Ich muss grad mal was gucken. Okay. Drei. Drei. Zwei. Was braucht's? Okay. Vier. Oh, der eine ist schon resettet. Okay. Du darfst nicht so weit wegrennen, sonst resetten die doch. Ja, das ist ja doof, ne? Ja, warte mal hier. Ja, lass doch mich die holen. So, okay. Ja, da ist noch einer. Oh, lol. Dieses Telefon. Jedes Mal. Jedes Mal. Ähm. 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 Kill. Nice, es hat funktioniert. Wie hat's funktioniert. Das war das Add-on-Guys, was ich euch gestern in Iron Boone erzählt hab. Was war's? Äh, ja. Wenn ihr Iron Boone gesehen habt. Es kam jetzt nämlich Rampage, als wir fünf Gegner gekillt haben. Kurz nacheinander. Monster Kill. Monster Kill haben wir, glaube ich, rausgenommen, weil die Sounddatei einfach so lang ist. Aber wir haben noch, äh, Wicked Sick, und wir haben noch Holy Shit und Godlike und alles mögliche. Ich glaube, es geht hoch bis zu 50 Kills oder 40 oder irgendwas. Achso, wir müssen hier eigentlich gar nichts machen, Wir wollten hier ja nur mal die Häuser erkunden. Ah, ich glaube nicht, dass es hier drin was gibt, groß, oder? Nee. Ein Ofen. Naja, komm. Geh mal hoch. Geh mal nicht fest ab. Es ist halt cool, wie diese Anker und so da runterhängen von diesem Riesenschiff hier. Ja. Es ist schon so voll Steampunk. Das ist ziemlich gut. Steampunk. Ähm, können wir ja wieder unser Bötchen beschwören? Reine Franz. Okay, dann müssen wir jetzt wieder da hinten hoch, oder? Ja, da, wo wir angefangen haben. Da können wir dann die Kadaversammlung abgeben. Ja, der braucht die Organe für irgendwas. Ich habe die Quest jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber für irgendwas braucht er die. Wird bestimmt ein guter Eintopf, oder so. Läberle. Oh, lol. Er schmeißt es mich ins Wasser. Nee, der will irgendwas damit machen. Der will den Toni und seine Schwester zum Leben wieder erwecken. Alter. Wenn wir irgendwas aus dem Fernseher gelernt haben, dass das nie eine gute Idee ist, die Toten wieder zu erwecken. Wuhn, Wuhn. Hä? Outest du dich jetzt hiermit gerade, dass du Fernseh schaust? Nee. Oh, oh doch. Na, Frankenstein habe ich halt mal gesehen. Vielleicht irgendwann. Oder auf Netflix habe ich Ding angeschaut. Penny Dreadful. Da gibt es ja auch den Frankenstein. War auch keine Idee. Schöne ins Gesicht. Bist du eigentlich... Hast du dich nicht zum Hirsch verwandeln? Ja. Kann ich da denn mitfahren? Ich glaube, das haben wir mal so eingerichtet, ja. Nice. Oh, wie sie Flaschen nach uns schmeißen. Das sind voll die linken Demonstranten, Alter. Warum? Können das jetzt keine rechte Demonstranten sein? Na, von mir aus sind es halt rechte Demonstranten. Aber die linken, die habe ich jetzt halt noch im Kopf gehabt, wie sie da durch Hamburg randalliert sind. Oh, stimmt. So. Wow. Haben wir gleichzeitig Level ab gehabt? So ist es, ja. Geil. Extranielle Seele von Tiat. Verdächtigen Magus. Jetzt wird es immer spannender. Also ich... Das ist gerade so kurz vom Staffelfinale irgendwie. Ja, das glaube ich auch. Wir können hier durchs Portal jetzt, oder? Meinst du? Ja. Mal drauf fliegen. Oh, lol. Boah, du hast recht. Boah, da hinten ist er. Oh, what? Ich töte ihn. Boah, oh, lol, Mooney. Komm hier. Komm hier zu dem. Zu wem? Da kannst du einen Huhn kaufen. Das habe ich schon. Hat man gerade gekauft. Warum steht er hier? Das ist die Farbe, die Farben. Pfff. Okay, jetzt müssen wir das Ding hier benutzen, oder? Und der Leiche, ja. Ey, wo ist die Leiche? War da. Du stehst gerade drauf. Ja. Wow. Okay. Und das war's jetzt. Wo ist jetzt der Hühnermann? Jetzt ist der Hühnermann weg. Der Hühnermann ist das Huhn hier. Und wenn du den Hühnermann lösst. Wow. Wow. Geiles Game, Alter. Geiles Game. Das ist strange. Game ist strange. Oh, da gibt's Loot. 42. Neues Schwert. Oh, nein. Leder-Talje. Oh, nein. Das ist kein so großes Upgrade. Dann nehmen wir mal den Ring mit. Und zwar... 4 Beweglichkeit, 4 Ausdauer. Ah, ja, klar. Argas. So kommst du weg. Okay. Jetzt haben wir die Questline hier fertig. Was war jetzt hier das Resultat? Hat es jetzt funktioniert, wen ihr wieder beleben wollt? Ich hab's nicht gecheckt. Und vielleicht filmt man's in Staffel 2 raus. Staffel 2 von 1000 Nadeln. Demnächst auf Netflix. Jetzt haben wir nur noch da... Genau da gegenüber in dem... Ja, wollen wir gleich da rüberspringen? Ich würd mich gern mit so einer Kanone da rüberschießen. Das wär jetzt geil, oder? Das wär richtig sick. Das wär wicked sick. Alter, was... So mutig... Oh, oh. Ich war aufgemountet. So mutig bist du einfach. Ich glaub, ich mach das auch ohne Mount. Gib mir mal noch ein Hot. Geh weg. Geh weg, Skorpion. Aus. Wui. Dass ich da nicht mitfahren kann bei dir, das ist voll bad. Das ist mir schon cool. Ja. Ich muss erst mal Outfight kommen. Ich tue mich so an den Mississippi-Sip... Mississippi-Dumpf erinnern. Naja. Der sah auch aus wie so ein großer Schuh. Lul. Ist mein Deutscher hoch? Ja. Geht's hier überhaupt? Ah ja, doch, da liegt ein Bretter. Komm, hab's drauf. Bleib halt stehen. Äh... Das wird schon ganz oben sein, oder? Boah, ich... Ich bin da oben, ey. Auf, schieße einen in den Nacken. Er hat einen richtigen Pferd in den Nacken, hat er. Ah, die Quest ist da unten. Ah... Ah... Schau... Pst. Erhaltet das Angebot der Allianz. Wenn wir Bohrrechte haben müssen, müssen wir das Angebot der Allianz. Vermittler der Allianz. Das ist gerade vor Ort im Gespräch mit den Khans. Boah, Alter, mit den Khans? Hast du angenommen? Ja. Der Luftballon, der ist auch ziemlich cool hier. Ja. Einfaches Öl verschüttet. Boah, da hinten gibt's noch eine Quest. Ja. Wo sind die Khans? Das tut mich jetzt hier gerade so an die Kardis hier erinnern. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist... Khantrogo, wo ist das? Entfacht die Urle, die Kulmin und alle die heilige Flamme. Geil, ich krieg die heilige Flamme, Fuchs. Hält nur du. Das ist echt so. Volles Kalasar hier, ne? Boah, mega gut. Voll mit Dothraki. Naja, außer das hier. Er kennt sich aber eigentlich ziemlich gut aus mit Game of Thrones, Herr Moonboon. Oh, ja, ich kenn die Worte. Das sieht echt so aus wie das Zelt von Khaldrogo damals. Jetzt geben wir hier dem Krabel Kohlebart, dem geben wir jetzt die goldene Krone, Fuchs. Was macht denn? Was macht der? Häuptling der Galak. Wenn ich dir damals Kremas Johnson gezeigt hätte, dann... Wir müssen doch den töten, ja eben. Der versucht ihn zu töten, aber er schafft es nicht alleine. Stehlt das Angebot. Oh, du musst ihn looten. Gut, hab ich. Und jetzt? Das war's. Das müssen wir jetzt zum Gnomen zurückbringen. Aber wir müssen auch noch dieses Ding entfachen, irgendwo. Hol die Pferde. Ja. Oh, das ist ja... Leck, das ist ja am Arsch der Welt. Na, da gehen wir jetzt mal noch nicht hin. Ah, hinten? What? Na ja. Jetzt gucken wir erstmal, was der Gnomen von uns will. Der will irgendwo Öl bohren, glaube ich. Der will die Pferdemenschen ausbeuten, Alter. Das ist voll der Trump. Kannst du den abgeben? Was? Jetzt, zack, zack. Ich hab grad die Questen abgeben können. Also, sammelt acht Pyrid-Erzbrocken. Ja, guck, das ist nämlich jetzt auch da vorne. Moon Moon Clever. Zum Glück hab ich das erst abgecheckt für uns, Fuchs. Okay, wollen wir am Fluss entlang segeln? Oder wollen wir oben entlang reiten? Hm, ich würde sagen, oben entlang reiten, glaube ich. Aber, das machen wir das nächste Mal. Denn, die Episode ist leider schon vorbei, meine lieben Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv. Schreibt einen Kommentar. Oh Leute, willst du drauf sitzen? Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Moony. Und ich bin der Fuchs. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss.